Warte, ich, ich möcht, ich möcht. Oh no, ist ja das. Ist ja sowas. Ich nehm dein Auto, ist klar. Ist cool. Ist gut von mir. Ich seh nix. Ich mach das. Wie ein Weltmeister. Oh Gott, ich bin falsch. Warum denn? Zum Ort des Rennens. No, warte mal. Warte mal, warte mal. Da will ich was anderes. Ich will nicht ein Auto haben für ein Rennen. Hör auf zu am Hupen, das geht nicht. Warte. Ich möchte nicht ein Auto. Oh no, ich werde verlieren. Was ist das? Das kann doch jetzt kein Rennen sein. Das zählt nicht. Das ist unfair. Das ist ja scheiße. Ihr habt keine Zeit. Oh, keine Zeit. Ja, ich steh jetzt im Quad. Ja, perfekt. Ich kill euch alle. So, Baby. Komm, steig auf. Steig ab. Aus, Mannig. Oh, no, 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 no. Das ist meins. Das ist meins. Tut mir echt leid. Nicht schießen. Oh, 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 oh. Oh, da, 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 da. Oh, oh, no, no, no. Ich bin voll am Gas und nichts geht mehr. Ich muss eh runter. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt, der Kind. Das ist nicht hier. Cool, das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool, Mann. Siehst du? Das ist, das geht echt ab. Verdammt. Ich kaufe mir ein Quad. Warum? Weil es cool ist. Quad. Ein Quad. Korrekt? Ne. Ich versuche mich da zu konzentrieren. Bin ich Erster? Ja, wir müssen da runter. Also ist es Wurst. Ich fahre doch nicht. Oh, no, ein Baum. Gibt es die im Leben noch? Wo ist mein verficktes Quad? Entschuldigung, dass ich so rede. Tut mir echt leid. Echt jetzt. Normalerweise schilfe ich nie. Normalerweise bin ich immer brav. Aber das war jetzt blöd ein Baum. Ein Kackbaum. Kackbaum. Komm. Ja, stecke ich auch noch fest. Ach Gott. Wegen dem Kackbaum. Oh, oh. Oh, perfekt. Ich habe es gemeistert wie ein Meister. Es so meistert. Kein Baum. Ich komme. Nicht wieder sterben. Oh, no. Muss ich rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ich bin da. In dem Ziel. Angekommen. Achtung. Ich komme. So, braucht man noch eins? Wie viele? Ja, perfekt. Nehme ich mit. Du bist cool. Dann kann ich es nämlich einzahlen. Aufs Konto. Das ist der Trick. So macht man Kohle. Perfekto. Kill mich nicht. Kill mich nicht. Wo bist du? Oh, mach das nicht. Oh, oh, oh. Oh, das ist nicht gut. No. Ich weiß nicht. Soll ich rauf? Sprünge ab? Ne, ist blöd. Das kriegen wir nie wieder. Das dauert. Das will ich nicht nochmal wiederholen. Oh, das schaffst du nicht. Das schaffst du. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Das ist... Oh, no. Wie schaut denn das jetzt aus in der Ego? Da ist ein Gesicht drauf. Oder? Ist der Himmel? Nein, das ist ein Muster. Ja, das ist schon ein Gesicht. Oh, wunderschön hier. Zufahrin. Danke. Peter. Oh, ja. Fährt es mal kurz mal nach hinten. Ah, du verhärst es aber runter, oder? Nicht? Ich stirb sonst wieder. Aber es kommt wieder so ein Kackbaum. Und es ist mein Ende. Und dann ist es mein Ende, meine liebe YouTube-Gemeinde. Das ist mein Ende. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Und ein schöner Hinterkopf. Ja, keine Ahnung. Ich laber Blödsinn, weil ich jetzt nichts tun kann, als wir zuschauen. Ich laber die ganze Zeit schon Blödsinn. Es ist mir Wurst. Ich sag's euch. Es ist mir Wurst. Wurst. No, no. No, Kackbaum. Achtung, Kackbaum. Überall sind Kackbäume. Oh, ich bin gleich tot. Oh, mein Gott. Oh, no. Wo bist du? Alter. Nicht jumpen. Du stirbst sonst. Wo ist das? Yeah, da mal rum. Okay, das ist cool. Danke. Ja, perfekt. Alter, das hast du gut gemacht. Wo ist denn das Ding? Wir rennen nicht. Ich renne auch komisch. Ich komme. Oh, mein Gott. Ich renne so komisch. Ich fackele so komisch mit dem Kopf. Oh, yeah. Perfekt. Ja, die hat ein Heli. Sie ist intelligenter als wir. Kackbaum. Oh, yeah. Kackbaum. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, was auch. Schaffen wir es noch vor ihr dorthin? Ne, unmöglich. Ohne möglich. So, ich fahre jetzt. Ich habe nämlich keine Angst vor den Kackbäumen. Das ist kaputt. Oh, nein. Geht eh. Komm. Ich hole dich ab. Ich hole dich ab, mein Freund. Willst du mit? Oder fass? Fliegst du mit dir mit? Sie kommt nicht runter. Oh, sie landet. Oh, oh. Ich will mit. Oh, ich will mit. Ich will mit fliegen. Oh, nein. Ich will mit. 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 Komm, ich kann nicht rein. Nimm mich mit. Komm, 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 komm. Perfekt. Du bist cool. Du bist cool. Ja, du bist echt cool. Danke. Ich jump dann runter. Ohne Fallschirm natürlich. Ohne, logischerweise. Und dann platsch ich aufs Quad. Und wir stehlen das Quad. Ich schlabere Blödsinn, Kackbaum. Ich nenne mich Kackbaum. Aber heute. Ich finde das so cool. Kackbaum. Okay. Ähm. Ist der schon ein Ziel? Das ist ja... Der fährt noch. Verdammt. Der fährt noch das Rennen. Der ist schon längst erster, oder? Den holt keiner mehr ein. Der Quad, Mann. Aber ich möchte nicht mit dem Quad zurückfahren. Am besten hier zwei springt es raus. Und hier stürzt es auch mit dem Heli. Sieht man doch das Beste, was man machen kann. Ja. Oder der hat das Rennen beendet. So guckt das aus, ne? Okay. Allein bereit zum Jumping. Und Jumping und no Jump. Und Jump Jump. Ich wusste nicht, dass das noch nicht so... Er ist ja auch schon gesprungen, als ich es eh wusste. Kackbaum. Oh yeah. Ich komme. Oh no. Das war... Gibt es eigentlich Heihe? Heihe? Kackbaum. Oh yeah. Kackbaum. Au. Au. Warte. Bro, ich hole dich ab. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Mit dem hole ich dich ab. Dann killen wir den Typen und dann sende, sende Pause. Ob ich sich das kurz geschlossen habe, bin ich... Stehst du da irgendwo? Kacki, komm. Komm, 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 komm. Ah, der hat eine Maschine. Besser. Okay, wo ist der jetzt? Na, mit dem Auto. Perfekt. Warte, ich will dich nicht überfahren. Ah, siehst du. Ich bin doch ein Freund. Das Auto ist echt ein Blödsinn. Wieso hat denn der dauernd eine Maschine? Das verstehe ich nicht. Ist das seine, oder? Ja. Ich fahre da mit der Familienkutsche herum. Mit Maximilian und der Saskia, nein, Samantha, Prisilda. Genau, so nenne ich mein Kind. Meine Tochter Prisilda und mein Sohn Palluin. Prisilda und Palluin. Samantha und Saskia, Prisilda und Zilke. Aber ich glaube, ein Blödsinn, ich weiß, aber das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Oh, no. Das habe ich absichtlich so getan. Was war mit Absicht? Denn ich wollte da durch, weil es so wunderschön ist. Was soll ich da sagen? Da, und der Zaun. Prisilda und Saskia und Samantha. Ich komme. Okay, ehrlich gesagt, ich bin extrem müde. Ich bin wirklich müde. Müde, müde, müde. Und deshalb ist das auch so ein Blödsinn. Hast du Squad? Ja, der Squad. Perfekt. Okay, die Frau soll mich abholen. Ich möchte nicht mit dem Auto fahren. Warte, Pris. Bitte, warte. Ich möchte mit dem Auto weiterfahren. Hol mich doch. Medi. Fahr doch nicht weg. Ah, flieg doch nicht weg. Bitte, Samantha. Ich möchte nicht mit dem blöden Auto fahren. Das ist blöd. Samantha, warte auf mich. Oh, no. Also, warum sag ich Samantha? Samantha, nein. Wie, wie habe ich denn vorhin gesagt? Prisilda? Nein. Saskia? Nein. Ich habe es vergessen. Echt, ja. Prisilda? Nein. Nein. Oder Prisilda, oder? Was? Oh, mein Gott. Oh, ja, das will ich. Mein Freund, mein Freund, mein Freund. Komm schon, mach keinen Blödsinn. Komm, runter da. Ja, gut. Hey, 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 hey. Oh, ist besser. Entschuldigung, macht doch ein bisschen Platz. Hallo? Ich komme geflogen wie ein Vogel und setze ich nicht auf mein Knie. Oh, mein Gott. Wo ist meine Maschine hin? Wo ist sie hin? Wo ist denn die? Nein, die liegt doch unten, oder? Die liegt doch nicht da unten, oder? Nein. Okay, ich weiß nicht, wo die hin ist. Das geht auf. Ne, nimmst du mich mit? Oder nimmst du mich mit? Ich renne zu Fuß. Oh, ja, du bist cool. Samantha, du bist die Beste. Wer weiß, vielleicht bist du gar keine Frau. Aber hey, danke trotzdem. Was? Ja, mach keinen Blödsinn. Du qualmst schon richtig viel. Oh, ja, du bist die Beste. Du, 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 du. Was machst du? So. Achtung, Wanderer hier. Oh, no, nicht renn. Ich möchte die Wanderer beobachten. Wir trennen einen Film. An den Action-Film. Wo ist er? Da. Er ist Jason Stantheim. Er ist Stantman. Er muss einen Stunt machen. Komm, schau. Nein, wir sind zu schnell. Der flüchtliche. Nein, nein, nein. Ich werde plötzlich... Ah, komm, markieren. Ich möchte markieren. Ich möchte markieren. Er gehört mir. Wo ist er denn jetzt? Ist das so schnell? Wo ist er? Da, 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 da. Komm, 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 komm. No. Nee. 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 Ich bin Robocop. Keine Macht in Drogen. Hände hoch. Wieso kann ich nicht? Ach, jetzt bin ich der Pilot. Gut, das hast du abgeliefert. Wie ein Weltmeister. Los, jetzt klatschen wir alle mal in die Hände, weil wir haben das gut gemacht. Wow, na, das ist gut. 60.